Am Wort ist nun niemand mehr. Die Debatte ist geschlossen. Ich weise die Regierungsvorlage 1034 der Beilagen dem Budgetausschuss zu. Wir gelangen nun zu den Punkten 2 und 3 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte des Ausschusses für Familie und Jugend über die Anträge 1890 der Abgeordneten Eva-Maria Holzleitner. Kollegen und Kollegen betreffen Verdoppelung des Schulstartgeldes 1064 der Beilagen sowie 1734 der Abgeordneten Edith Mühlberg-Huber Kolleginnen und Kollegen betreffen Schulstartgeld für alle Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe 1065 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.